Es sollte eine Win-Win-Situation werden. Ralf Minge bei seiner Vorstellung vor rund 1,5 Jahren. Nun ist zeitiger Schluss als geplant. Das ist einfach ein Punkt in der Perspektive. Die sieht er so nicht in diesem Verein. Wir haben uns offen ausgesprochen über die Monate mit dem Ergebnis, was jetzt vorliegt, dass er Ende März ausscheidet. Die Suche nach einem neuen Sportdirektor läuft bereits. Ralf Minge ließ sich selbst heute nur in einer Pressemitteilung des Vereins zitieren. Auch wenn die gemeinsamen Erwartungen in den vergangenen 1,5 Jahren nicht in allen Bereichen in Erfüllung gegangen sind, wie er hofft, so war es doch eine sehr spannende Zeit. Die Mannschaft versucht sich derweil auf das Sportliche zu konzentrieren. Zentrales Thema für den Verein, aber nicht für die Mannschaft. Die Mannschaft hat das Spiel Essen im Kopf und hat sich darauf vorbereitet. Ralf Minge steht nicht auf dem Platz. Wie sich der HFC in Essen schlägt, sehen Sie am Samstag ab 14 Uhr bei Sport im Osten. Hüi! 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 Hüi!